Willkommen auf meinem Spielplatz Es ist an der Zeit für Small Feather Games Und die Knarre liegt bereit Ob bei Call of Duty oder Battlefield Ich kenne keinen anderen, der hier noch viel krasser spielt Also los Diabos, hebt ihr Daumen Ihr könnt euren Augen trauen Dieser Let's Player versetzt alle einfach in Staunen Das ist der Halo-Effekt Du findest alles Gute hier Und am Ende des Tages next year ist hier das Alpha-Tier Und damit herzlich willkommen an alle Chicos und Chicas da draußen Der Skyline ist am Start Und das werden keine Runde Let's Play Halo 5 Guardian Solo Kampagne Und Fortsetzen Dann gucken wir mal, ob wir uns wieder ein bisschen Material von Vorlevel angucken müssen So wie die letzten zwei Anfang-Aufnahme-Sessions Ich vermute mal, dass es jetzt die letzte Aufnahme-Session sein wird Bis Halo 5 Oh, dann wird Halo 5 halt Zu Ende sein Wir gehen jetzt ziemlich krass aufs Ende zu Wir haben herausgefunden, dass Cortana ziemlich cranked in the head ist In the shadow Unser Shadow Das Tor Ich habe sie gewarnt, aber Sie wollten ja nicht hören Gut Wir sind jetzt wieder Team Der Mann wird das Richtige tun Wie er war Fütten wir ihn Oh, das ist ja faszinierend Was? Oder vielleicht eher schrecklich Was ist los? Cortana hat ein Kryptom aktiviert Ein was? Ein Kryptom Ein Gerät, um für längere Zeit eine Meditation zu erzwingen Cortana hat die anderen im Inneren festgesetzt Und bereitet eine Hyperraumreise vor Sie will also Team Blau mit sich nehmen Wie kommen wir zum Kryptom? Es ist nicht weit Hier entlang Ja, bitte Ein paar Fundstücke? Ich fürchte, dieser Soldat ist nicht besonders glücklich darüber, dort eingesperrt zu sein Ich kann sie aber nicht herumspringen lassen Furchtbar stören Lästig sowas, ja Sehr lästig Oh, ist schon geil, ey Der sabbert, oder? Geile Scheiße Ich will noch ein paar andere Dinger sehen Und jetzt nur die beiden hier auf der Seite gehabt Hier, da hinten ist noch was Hätte dich fast nicht gesehen Moment, bist Nein, kein Schwert von St. Helios Huch, bleib besser da drin Was ist denn einmal Grunt mit drin? Sollen die überhaupt was zu essen hier Oder müssen sie kläglich verhungern? Was war das denn jetzt? Hat das Sebastian gesagt, oder was? Okay, hier hatten wir die Eliten Mit den Grunt Die haben wir schon ganz viel Spaß mit Hier haben wir den Kartografen Ähm, das Ding, wo auch der Schammi-Tort drin war Krabbler, das klingt jetzt schräg Aber sie sehen irgendwie glücklich aus Ich musste sie als Gruppe halten Einzeln würden sie nur die ganze Zeit herumjammern Das tut einem schon irgendwie leid, oder? Sie sollten bald aufbrechen Cortanas Plan macht Fortschritte Ja, 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 ja Aber wir können von mir aus da drinnen bleiben Selbst schuld Okay, ich komme Alles gesehen Ich gehe schon mal raus Seht sie euch nur an Wie sollen wir sie aufhalten? Weiter Eins, zwei, drei Vier, fünf Sechs, sieben, acht, neun Achtung Fuck off, Alter Wo will der hin? Alter Wo ist er hin? Die Rückgewinnung hat begonnen Exuberant Ich dachte immer, es wäre die Aufgabe der Menschen Gewissermaßen ist sie das auch Nun, Mr. Locke, sie gehen nicht so schnell auf Was steuert dieser Wächter an Cortana? Er wird Frieden bringen Die Illuminate nannte es Furcht vor dem Tod Wie die Furcht, mit der ich seit dem Zeitpunkt meiner Geburt lebe? Du wurdest gebaut, nicht geboren Oh ja, wir K.I. sind nur Maschinen, nicht wahr? Und massenbare Wegwerfartikel Die Menschheit mag sich nicht um ihre Erschaffenen kümmern Aber wir werden uns um sie kümmern Glaubst du, andere K.I.s werden sich dir anschließen? Ich habe den Wahnsinn geheilt Nicht nur für mich Für alle, die sich mir anschließen Während sie in der Galaxie umherjagten Habe ich mit meinen Erschaffenen gesprochen Und jetzt ist es an der Zeit zu fragen Wer wird mein Angebot annehmen? Wer wird mir dabei helfen Der Galaxie ewig wehrenden Frieden zu bringen? Cromwell Bord K.I. UNSC Melbournes Prime Gehöre ganz dir, Cortana Sia K.I. der Kolonialbehörde erst Schöpferner Sloan Es folgt Meridian Auch ich stehe an deiner Seite, Cortana Mist, K.I. sind die Stimmen ihrer Kinder, die Cortana zu Likas Likas Lod Kadhi Burden Sumerian Likas Likas Alter Ich bin auf deiner Seite Cortana Boah! Ich habe voll die Gänsehaut, Digga Das ist... Alter, jetzt weiß ich, wie sich solche Leute fühlen, die die Stimmen in ihren Kopf hören, ey Fettes Menzi Chris, meine geschmolzene Scheiße Immer noch Und hör auf, dazwischen zu labern Yeah Ah, der stirbt Nein, der stirbt, ist noch nicht tot Ich schnauze nach oben Ach da, unten ist es keiner Das ist ein Gegner hier Na los, stirb endlich Dann springe ich dich um Muss nachladen Okay, der ist tot Nehmen wir die Schutte mal direkt mit hier, wa? Okay What the fuck, der lebt noch Er lebt noch Er lebt noch Ja, er lebt noch Er lebt noch Er lebt noch Boah, fuck off, Alter Alter, fickt euch Schnauze Schönes Ding Muss hin, muss, muss hin Schnauze Du solltest dich vor ganz anderen Sachen fürchten, mein Freund Und ihr da hinten Und ihr da hinten Schnute Alter, was ich hier alles finde an Waffen, ey Ist ja mega sweet So, zack Feinde ausgeschaltet Keine Pause ist eines Cortana wartet nicht auf uns Schade eigentlich Hier war es eine Acht Nehmen wir das ja auch noch mit Besser ist es Man weiß, was uns alles erwartet Keine Ahnung, was ich da gerade alles geballert habe Aber Hauptsache, sie sind tot Wir halten mal die Schotti Na los, mach nach Hat er es gehört und Ein bisschen so Gruntstyle gehabt Fuck Fuck Olha Eva Rauche Hilfe Oh, weiter geht wieder auf den wein Danke Fuck, erne Möne mehr What the Naja, die Schreit hier wird jetzt eigentlich nicht wegwerfen. Na los, stirb jetzt. Danke. Erledigt. Hier oben macht immer noch Probleme. What the? Das war knapp. Und was denn? Da ist nix. Ich frage meinen Befehlen, sonst gibt es auf die Kanäle. Wo ist das da? Super. Und wie geschützt ist auch dauernd? Sehr schön. Bin ja fast begeistert von meinem Team. Ja, gerne. Tu dir keinen Zong an. Tu dir keinen Zong an. Okay. Ich liebe dich, Baby. Wie holen wir es runter? Das Kryptom wird durch Gravitationskern in Position gehalten. Wie der vor uns. Wenn sie ausgeschaltet wurden, können wir versuchen, ihre Freunde zu befreien. Ihr habt's gehört. Feuer frei. Zerstört den Kern. Äh, okay. Warum schicken die jetzt einen Phantom hier hin? Mein, was zünden sie raus? Ja, jetzt ab! Natürlich, ich fahre daneben. Okay. Wo ist die Sniper hin? Sehr schön. Jetzt habe ich die Sniper noch mit dabei. Der ist auch eigentlich. Okay, dauernd. Ich meine, das Ding kann man oder was? Chaos. Scheint zu funktionieren. Aber ich darf die Metalldinger nicht treffen. Ich muss das Ding schon direkt treffen. Was willst du denn jetzt von mir? Ja. Also. Das meinte Katana also damit, dass sie zu Gewalt als Problemlösung neigen. Aber der erste Kern ist deaktiviert. Die anderen sind in der Nähe und leicht zu finden. Können wir sie mit der Atemus aufspüren? Gute Idee wäre, Osiris. Alle Schwerkraftkerne finden und zerstören. Huch, was ist das denn jetzt? Sein Name war Bib Jam. Ein einfacher Soldat, gezeichnet und doch belebt jenseits seiner guten Jahre. Sein Rat war unorthodox. Kämpfen als gäbe es im Tod keine Ehre. Er führte uns Kampf um Kampf zum Sieg. Und während wir berauscht vom Ruhm waren, trauerte er um jedes verlorene Leben. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.